Damit hallo und herzlich willkommen zum Wochenausblick von tradingportal.net und müsst ihr euch auch noch die Augen reiben, was war das wieder für eine Handelswoche? Nvidia, Nvidia rettet die Welt, Nvidia rettet Asien, Nvidia rettet den DAX auf Allzeithocher, wo wir die Rezession verlängern, sogar noch vertiefen und die größte Wirtschaftskrise seit 20 Jahren kommt auf uns zu und wir feiern es so richtig, ist die Welt jetzt nur noch komplett irrational, bewegen wir uns in die größte Blase, Aktienblech, Spekulationsblase der letzten 20, 30 Jahre hinein oder gibt es vielleicht doch ein Fünkchen Rationalitäten der Bewegung? Da schauen wir uns heute alles an, alles im Detail, das Für und Wider. Auch einige Warnsignale sind heute wieder hineingekommen, die bringe ich heute auch noch mit und natürlich schauen wir auf die kommende Handelswoche, die vielleicht in der Tat den Trigger für die Konsolidierung bringen kann, denn eigentlich sind wir ja seit knapp einer Woche in der schwachen Saisonalität, so richtig spüren wir das noch nicht, aber vielleicht die nächste Woche auch darauf blicken wir. Also viele interessante Grafiken habe ich dabei, bleibt bis zum Schluss dran, ich glaube das kann sich lohnen. Die Shortchecks für den DAX und die US-Indizes, die habe ich schon gestern rausgebracht, schaut euch die gerne an, davon hat sich nichts geändert, habe ich auf meinem Kanal, kann ich hier auch mit verlinken, den findet ihr, auch der DAX ist mit dabei, der ja irrational nach oben gelaufen ist, möchte man meinen. Den schauen wir uns zum zweiten Teil des Videos, schauen wir uns das Fundamentale auch nochmal etwas genauer an, ob das wirklich so irrational ist, ob die Welt nun wirklich komplett aus den Fugen geraten ist, aber den Shortcheck, den habe ich hier mitgebracht, hier geht es jetzt um das große Ganze, das Fundamentale und wir legen jetzt einfach mal los und auf geht's. Komm mit in meine Trader-Community und verpassen nichts mehr an den Märkten. Meine Trading-Setups im Detail. Mit meinem Signal-Streamer keine Signale mehr verpassen. Inklusive Live-Chats mit Research und Chart-Analysen. Und noch vieles mehr zu einem unglaublichen Preis. Klicke den ersten Link in der Videobeschreibung für weitere Informationen. Vielleicht sehen wir uns bald in meiner Trader-Community. Da sind wir an der Wall Street. Vergangene Handelswoche können wir hier nochmal sehen. Und ja, es war eine geprägte Handelswoche von Nvidia. Wir hatten zuvor die Konsolidierung bis zum Mittwoch. Haben wir wirklich eine Konsolidierung gehabt. Hatten wir Schwächephase. Haben wir letztendlich den schwachen Vorwochenschluss mitgenommen. Wir hatten ja eine rote Handelswoche. Die letzte, also jetzt schon vor fast zwei Wochen. Eine rote Handelswoche. Die haben wir mitgenommen bis in den Mittwoch, bis zu Nvidia. Und Nvidia hat dann alle wieder gerettet. Alle ins Plus gezogen. Na, nicht alle. Die Nebenwerte fast noch ein Prozent im Minus. Die Nebenwerte schauen wir uns auch heute auch nochmal an. Hier im kurzen Wochenausblick. Der Rest ging nach oben. Ging nach oben hochgezogen. Auch von der Marktkapitalisierung hochgepusht. 1,3 bis 1,7 Prozent. Ging jetzt gar nicht so gigantisch auf Wochensicht. Weil wir aber bis zur Wochenmitte eben auch negativ unterwegs waren. Die Schwächephase hatten. Und danach wieder hochgepusht worden. Nebenwerte wie gesagt im Minus. Der Rest knapp 1,3 bis 1,7 Prozent im Plus. Also eine leicht zweigeteilte Woche. Hier nochmal der Blick auf den Nasdaq im Stundenschart. Wie gesagt, das haben wir alles im Schartcheck. Im Detail nochmal, bis es dann weitergehen kann. Da hatten wir die Bewegung seit Anfang Januar. Der Impuls war fertig. Man sollte konsolidieren. Idealfall ABC. Kleine Flagge oder kleiner Keil. Und dann auflösen. Wir sind wirklich bis zum Mindestziel gelaufen. Und damit Nvidia sind wir wieder nach oben gepusht. Also das Muster. Auch ein kleines Bild. Erstmal sehen wir immer nur bullische Konsolidierung. Die Bulle, die jetzt. Die Anstieg, den wir jetzt gesehen haben. Den bullischen Ausbruchzeichen Nvidia. Müssen wir jetzt flach konsolidieren. Und dann wieder nach oben ziehen. Das wäre dann die Fortsetzung. Das besprechen wir alles. Aber wie gesagt, im Schartcheck habe ich gestern rausgebracht. Schaut es euch an. Was brauchen die Bären? Die brauchen den Abverkauf ins Gap. Nvidia Gap hinein. Das wäre ein Warnsignal. Welche Marken das alles sind. Ob nun für Dow Jones, Nasdaq, S&P oder DAX. Das habe ich wie gesagt alles im Schartcheck mit dabei. Hier nochmal zu sehen, der S&P 500 im Wochen-Short. Ja, es sind jetzt 15 der letzten 17 Wochen, die wir grün abgeschlossen haben. Zweimal gab es eine kleine rote dazwischen. Aber das war ein Ausrutscher. Wir bleiben jetzt nur noch grün bis Jahresende. Wir haben ja die Bullenflagge aus dem letzten Herbst. Das haben wir wirklich extrem dynamisch aufgelöst. Diese Auflösung sollte ja kommen. Das war das Basisszenario, dass das hier Bullish ins Jahresende hineingeht. Und dann zum Jahresauftakt die Schwäche kommt. Jetzt sind wir unter schwachen Saisonalität. Schwäche, wo bist du? Sehen wir nicht. Wir haben ja jetzt Big Tech. Brauchen wir keine Schwäche mehr. Also diese Dynamik ist weitergegeben. Dieser dynamische Ausbruch. Aber auch hier zum Schartcheck besprochen. Dass das auch ziemlich ausgedehnt und ziemlich fertig aussieht. Aber eben der Trick auf der Unterseite ist noch nicht da. Die Details gibt es wie gesagt alles im Schartcheck. Oder auf tradingportal.net. Auch hier mal zu sehen, dass wir mit der Nvidia Hype, den wir gesehen haben, wo der S&P 500 über 2% zulegen konnte. Dank Nvidia. Das ist das Kuriose. Es sind nicht nur wenige Big Techs. Es ist fast nur noch ein Big Tech gewesen, der jetzt hier gepusht hat. Mit seinem großen Anstieg, fast 16%, ging es dann einen Tag nach oben. Hat das 270 Milliarden US-Dollar am Marktkapitalisierung. An einem Tag in wenigen Stunden dazugewonnen. Das ist zweimal komplett. Goldman Sachs hat man dort dazugewonnen. Absolute Rekord gab es noch nie. Den letzten Rekord hatte auch im Februar Meta mit nach den Quartalzahlen. Also wir sind ja ein bisschen im Rekordmonat drin. Da haben wir erstmals seit 281 Tagen wieder mal eine Bewegung von über 2% gesehen. im S&P 500 ausgerechnet zu Nvidia. Das ist wie gesagt knapp ein Jahr mittlerweile her. Und das Kuriose ist, dass dieser Anstieg hier über 2% fand statt für den S&P 500, obwohl über 60% der Werte an der Wall Street diesen Anstieg, wohl weniger als 60% der Werte an der Wall Street, der Aktien an der Wall Street, diesen Anstieg nicht mitmachen konnten. Ja, also eine dünne Marktbreite, eigentlich mitgebracht und letztendlich hochgepusht durch eben diesen gigantischen Anstieg von 270 Milliarden US-Marktkapitalisierung. Das gab es so nicht häufig. Das gab es in den letzten 60 Jahren wie oft dreimal. Das war 1987, das war das Jahr 2008 und das Jahr 2020. Da gab es das mal, dass man der Index, Gesamtindex so hoch springt und die Breite aber so in diesem Maße gar nicht mitkommt. 1987, 2008, 2020, der geübte Finanzkenner weiß, diese Zahlen kommen mir doch bekannt vor. Und die kommen bekannt vor, weil es da eigentlich mal ein ziemlich dolle geknallt hat. Muss natürlich nicht genauso sein. Aber ist halt interessant, dass solche Extreme gerne dann eben auch in extremen Marktphasen vorkommen. Geknallt hat es bisher noch nicht. Wir feiern, wir sind jetzt sicher, wir haben immer Big Tech. Beim Nasdaq, im breiten Nasdaq, war das Bild ganz, ganz ähnlich. 3% hat er zugelegt, auch dank Nvidia natürlich. 3% zugelegt, obwohl weniger als 55% der Titel im Nasdaq zulegen konnten. Also knapp die Hälfte. Trotzdem 3% nach oben. Die Hälfte macht nur mit. Das gab es auch nicht so oft in der letzten, in der kompletten Geschichte des Nasdaq. Hier, ihr könnt es ja selbst sehen. Zwischen 1999 und Jahr 2000 fand das statt. Was war da? Ja, das war die größte Tech-Blase, die damals geplatzt ist. Auch diese Korrelation möchte ich nicht ziehen. Aber es soll eben zeigen, dass wir in so einer Marktphase sind. Kommt nicht sehr häufig vor und kommt gerne mal bei Extremen vor. Dort kommen, weil wir die Vergleiche mag ich nicht, wisst ihr. Kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Aber solche Anstiegsbewegungen, die sind, obwohl die Breite nicht so mitkommt, sind einfach sehr, sehr selten und treten eigentlich nur aus so extremen Marktphasen aus. NVIDIA ist für den Nasdaq 100 für ein Drittel der Jahresgewinne verantwortlich. Nur der Anstieg von NVIDIA. NVIDIA ist verantwortlich für ein Drittel der Jahresgewinne im Nasdaq 100. Wegen dieser gigantischen Marktkapitalisierung und weil der Wert, ja allein nach den Earnings 16% nach oben gesprungen ist, zieht da eben den ganzen Index mit hoch. Das ist einfach, das gab es in den letzten Jahrzehnten nicht so häufig. Und wenn es das gab, waren es ein paar Jahre, wo es eben 87, 2000, 2008, Finanzkrise, 2020, Corona. Also eigentlich große Marktphasen, die nicht so gesund waren. NVIDIA am Freitag sind wir hochgesprungen, 5% und dann zurückgelaufen, fast wieder auf Einstein geschlossen. Haben wir doch eine bärische Eindrücke? Sind wir jetzt erstmal am Ziel? Laufen wir in die Konsolidierung hinein? Hatten wir am Mittwoch vor den Zahlen, habe ich ja eigentlich auch ziemlich gewarnt. Passt auf die Zahlen auf. Wenn wir reinkommen dort, dann sehen wir nochmal den Sprung. Und wenn die geliefert werden, hat mir alles im Detail besprochen, deswegen abonniert den Kanal. Also Lieferung war, diese hohe Erwartungshaltung um 10% übertrumpfen. Das haben wir wieder gesehen. Und dann war die Chance gegeben, dass wir die 2 Billionen US-Dollar vielleicht erreichen. Und die haben wir am Freitag mit dem Sprung gesehen, den wir am Freitag gesehen haben, haben wir nicht bis zum Schluss gehalten. Aber da haben wir die 2 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung gesehen von NVIDIA nach oben gewungen, extrem. Und vielleicht ist das dann erstmal Ziel, wo man ein bisschen pausieren kann. Das letzte Mal, als Apple die 3 Billionen erreicht hat, da ist man auch hochgesprungen. Seitdem geht es auch nicht mehr so richtig weiter. Das ist so ein großer Meilenstein, den man erreicht. Vielleicht hier nochmal die Grafik, die letzten Earnings bei NVIDIA. Danach, es ging mal kurz nach oben, weil man eben Blockbuster-Zahlen präsentiert hat. Aber die hat man danach dann für eine Konsolidierung genommen. Eine Konsolidierung haben wir dann bei NVIDIA gesehen. Große Crash, Wirecard etc. Das möchte ich alles hier nicht vertreten. Aber eine Konsolidierung, die auch mal 20, 30 Prozent betragen kann, haben wir ja immer wieder gesehen in den letzten Jahren. Die letzte große Konsolidierung, die gab es ja im Herbst letzten Jahres. Da ging es viele. 20 Prozent ging es bestimmt auch runter. Also das gibt es und ist normal und ist gesund. Und vielleicht im gleichen Muster passiert es jetzt wieder. Jetzt haben wir die 2 Billionen geholt. Ziehe und kurz mal hoch und jetzt mal verschnaufen. Das könnte uns, könnte bevorstehen. Schauen wir mal den Vergleich der Marktkapitalisierung an bei Apple und Microsoft und NVIDIA. Wie schnell wir das geschafft haben. Kein Unternehmen, also kein Unternehmen hat in einem Tag, in wenigen Stunden 270 Milliarden an Marktkapitalisierung zugewonnen. Und keins hat so schnell die 2 Billionen erreicht. Apple nicht, Microsoft nicht. Also hier ist man auf der Überholspur, einer gigantischen Überholspur unterwegs. Deswegen ist das auch verständlich, dass man so viele sagt, das ist eine Blase, das ist eine Blase. Immer wieder in sozialen Netzwerken, immer wieder die KI-Blase, die KI-Blase, die die Internet-Bubble letztendlich übertrumpfen wird. Das pusht jetzt dann eigentlich auch die Shorties mit rein. Was, worauf ich ja auch gewarnt hatte, am Mittwoch bitte nicht die stärksten Titelschorten. Das Marktkapitalisierung von NVIDIA hier mit seinen 2 Billionen, die wir jetzt haben zur Marktkapitalisierung vom gesamten DAX, der bei 1,75 steht. Also DAX 40, ein Titel NVIDIA, höher marktkapitalisiert als der gesamte DAX. Apple, wenn man sich das Apple drüberlegt, liegt noch höher. Also die sind ja bei 3 Billionen. Also diese Big Tech, diese extreme Konzentration, ist es wirklich schon unglaublich, was da an Kapital konzentriert vorhanden ist. Und da, kein Wunder, das sind diese Grafiken, die unterfüttern dann. Wir sind hier in einer Spekulationsblase sondergleichen. Das unterfüttert dieses Mantra, kann man auch nachvollziehen. Und deswegen shortet man das. Der Anstieg am Donnerstag war es dann, hat die Shorties so richtig wieder mal blüten lassen. 3 Milliarden US-Dollar, ja, Bärenfleisch wurde letztendlich verbraten. Warum? Weil NVIDIA die drittmeiste geshortete Aktie ist an der Wall Street. Die drittmeiste. Warum? Warum? Weil alle denken ja, der Big Short, der groß versteigt, der muss ja dann auch tief fallen. Sage ich immer wieder, warum denn die stärksten Titel an der Wall Street immer wieder dagegenhalten. Letzten Herbst genauso, als ja viele YouTube-Kanäle sonst was für Bilanzskandale präsentieren wollten. Alle wieder rein, hohe Shortquote und immer wieder die Pfoten verbrannt. Meine Güte, hätten wir sich mal Long 1 stoppen lassen können bei NVIDIA, laufen lassen, absichern, läuft man glaube ich besser. Warum? Die stärksten Titelschorten. Ich hatte davor am Mittwoch auch gewandt und natürlich waren sehr viele vor den Earnings, obwohl wir so eine gigantische Bewegung immer haben, haben jetzt mittlerweile nach den Earnings wieder viele Short dabei, haben sich die Pfoten verbrannt. Mittlerweile auch 200 Milliarden haben sich hier in den letzten Jahren an den Big 7, an Leerverkäufen, die Finger verbrannt. Also gigantisch, weil man immer wieder an die stärksten Titel hineingeht und immer wieder hofft, dass man hier den Big Short erwischt. Weil es ist ja eine Spekulationsblase und die wird platzen und da bin ich dabei von 1000 auf 0. Und ich bin nach, bin ich Millionär. Dann holt euch lieber einen guten ETF-Sportplan und investiert langfristig. Das bringt glaube ich mehr. Ob das eine Spekulationsblase ist, hatte ich ja schon Mittwoch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass man hier vorsichtig sein muss mit den Vergleichen so .com-Bubble, die ja tagtäglich gezogen werden. Hier die Marktkapitalisierung von NVIDIA im weißen Graph nochmal zu sehen. 2 Milliarden, 2 Billionen, sind Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung und das Forward KGV, also Price-Earning-Ratio für die nächsten 12 Monate. KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis für die nächsten 12 Monate. Das fällt, das fällt. KGV hatten wir ja vor einem Jahr, war mal im dreistelligen Bereich, jetzt sind wir im zweistelligen Bereich, wo der Kurs nach oben explodiert ist. Vor einem Jahr, dreistellig, alles Blase, alles Blase. Aber das ist bei hohen Wachstumstiteln im Fälschen. Also Forward KGV ist fallen. Ich kann auch die aktuellen Werte, bei der Kursfluktuation sind die ja stets ordentlich in Bewegung. Ich kann auch die aktuellen Werte sagen. Das Forward KGV für die nächsten Gewinnprognose für die nächsten 12 Monate, 37. Das ist anspruchsvoll. Zweifelsohne, das ist jetzt keine BASF. Das ist kein extrem defensiver Wert. Aber für den Tech-Bereich, ja, anspruchsvoll, aber vollkommen im Mittel. Das ist im Mittel. Und KGV bei 66, da war man schon deutlich höher, ist auch anspruchsvoll, aber ist eben auch ein bisschen der Blick zurück. Forward KGV ist bei Wachstumstiteln durchaus spannender. Und das KGV, das hatten wir vor den Earnings, lagen wir bei 95. Jetzt sind wir bei 66, obwohl wir angestiegen sind. Also Vorsicht mit diesem Bubble-Zeug. Nvidia hat einfach geliefert. Massives Umsatz und Gewinnwachstum auf Jahressicht. 500% extrem gute Margen. Und der Ausblick stimmt und dann diese hohe Erwartungshalden auch um 10% immer übertroffen. Also das ist keine Blase. Nicht zu vergleichen mit .com. Das kann man bitte nicht vergleichen. Das große Aber ist, wir dürfen nicht genauso weiter steigen. Weil es deutet sich an, dass die, auch allgemein die Big Techs, aber auch bei Nvidia, das CFO hat es gesagt, eine Angebotnachfrage ist immer ausgeglichener. Sehr wahrscheinlich wird, dass diese extreme Wachstumsdynamik so nicht halten. Wenn wir weiter wachsen, zweifelsohne, aber nicht mehr so extrem. Und wenn der Kurs jetzt weiter so extrem ansteigt, immer mal wieder 10%, 10%, dann kommt eben das KGV und Ford KGV auch nicht hinterher. Und dann ist man nicht mehr irgendwann anspruchsvoll bewertet, sondern ist man irgendwann doch mit Fantasiesummen bewertet. Noch haben wir das nicht, weil die Wachstumsstorie, sie stimmt einfach. Von Earnings zu Earnings liefert Nvidia ab. Und Nvidia hat letztendlich gleiche Vorwort-KGV wie SAP. Beschwerst sich auch keiner davon. Also das ist, muss man eben auch sehen. Also eine Bubble Nvidia, Vorsicht, konsolidierung, 20, 30%, zweifelsohne. Aber hier ein K.O. und da immer dagegen schorten. Vor den Earnings vielleicht noch, bitte, bitte nicht. Das endet immer im Desaster. Und auch der Vergleich nochmal, wir haben wir zur Dotcom-Bubble, der wird ja immer wieder gezogen. Hier im weißen Graph haben wir die Bewegung, die aktuelle Bewegung im Nasdaq 100. Und blau ist die Bewegung von 98 bis Peak.com-Bubble-Jahr 2000. Das war früher dynamischer. Es war auch mehr an der Breite. Wir hatten auch Big Techs. Cisco hat oft mit der Rand gezogen, wobei Nvidia deutlich profitabler ist als Cisco damals. Aber wir hatten diemals viel mehr Breite. Alles, was da hochgepusht worden ist, 10.000%. Wir haben nie Gewinne gesehen. KGV konnte man nicht ermitteln, weil ja keine Gewinne vorhanden sind. Also dubios nach oben, das ist ein großer Unterschied gewesen. Und es war noch viel dynamischer. Also man kann das nicht eins zu eins gleichsetzen. Es ist primär, wir sind durch Big Techs getrieben. Das haben wir sehr, sehr selten. Das gesehen haben wir in Eingangs Grafiken gehabt. Die liefern eben auch noch. Da läuft die Story eben noch weiter. Das ist nicht unbedingt ein Bubble-Niveau. Vor allem nicht gleichzusetzen mit der Dotcom-Bubble. Jede Geschichte ist ein bisschen anders. Vieles reimt sich dann immer. Aber so extreme Warnsignale kann man hier momentan noch nicht sehen. Die Big 7 noch mal zu sehen. Die haben die letzten, also die sieben höchstmarktkapitalisierten Tech-Konzerne, die eben nicht mehr im Gleichschritt laufen. Meta, Nvidia, die dominieren alles. Und der Rest stümmelt hinterher. Tesla oder Apple, die haben ja gar keine positive Performance. Also immer weniger Titel tragen letztendlich den Gesamtmarkt. Doch das ist, ich weiß nicht, die Wachstums-Story stimmt. Aber die Dynamik bei Nvidia, wie gesagt, Earnings-Core, könnte diese Wachstums-Story abeppen. Nicht erliegen kommen, um Gottes Willen, aber abeppen. Diese Dynamik könnte herausgenommen werden. Und wenn wenige Titel tragen, bei dem Big 7, sechs der letzten sieben Wochen grün, aber minimalen, auch das Februarhoch nur noch minimal herausgenommen, so richtig laufen die nicht im Gleichschritt. Auch hier noch mal Apple zu sehen, die mit einer SKS-Formation kleben, die immer noch an der 200-Tage-Linie haben, auch nicht wirklich mal profitiert. Also man läuft hier nicht im Gleichschritt. Nvidia muss die Welt retten und das dynamische Wachstum noch dynamischer gestalten. Aber da liegt die Krux, das wird vermutlich so nicht kommen. Wir dürfen jetzt nicht weiter so dynamisch ansteigen, weil dann kommen wir in so ein Niveau, wo wir sagen, okay, okay, sie liefern, sie liefern. Das ist noch keine Bubble. Aber wenn das jetzt so weitergeht und man kann das dann eben nicht mehr so liefern, dann sind wir ganz schnell dann doch in der Übertreibungsphase drin. Heißt zugleich aber auch, wir hätten noch ein bisschen Zeit für eine Übertreibungsphase. Short Interest, auch interessant zu sehen für die Big 7. Ich hatte schon gesagt, wie viel Short ist sich bei dem hochmarktkapitalisierten Tech-Konzern, ihre Pfoten verbrannt haben in den letzten Jahren. Tesla war ja ganz beliebt mal dabei. Mittlerweile sind wir hier, sind die Bären, man riecht Bärenfleisch, die sind letztendlich tot. Also das ist jetzt der Anteil an leerverkauften Aktien, die noch nicht eingedeckt sind. Es sind nicht mehr viele. Wir sind ja wirklich auf Allzeit tief unterwegs. Die Bären sind tot, sie sind raus bei Big 7. Immer wieder gehen sie mal privat, wir gehen ab und zu noch rein. Wie gesagt, bei Nvidia, der Zock muss ja jetzt der Big Short kommen, endlich, weil es ja alles in Bubble. Wieder verbrannt, wieder ein paar Milliarden weg. Dann lieber doch mal versuchen zu investieren und nicht zu zocken. Könnte ein Kontraindikator natürlich sein. Jetzt sind alle Bären raus. Jetzt wird Zeit für Big 7 eine andere Performance aufzubauen. Vielleicht. Aber noch stimmt eben die Story. Die stimmt nicht mehr bei allen Unternehmen. Wachstum-Story bei Apple. Seit vier Quartalen. Null. Null. Das hat Nvidia was ganz anderes geliefert. Aber das muss eben weiter so geliefert werden. Aber man hat eben geliefert. Das ist der große Unterschied. Auch hier von der Fondsmanager-Umfrage von der Bank of America. Regelmäßig betrachtet postet ihr auch immer wieder auf tradingportal.net in meinen Trading Chat. Wenn ihr nichts verpassen wollt, kommt mit hinein. Ersten Link in der Video-Hubschreibung. Vom früh bis abend werdet ihr euch den Markt begleitet. Ob nun schadtechnisch und fundamental oder auch über meinen Signalscreener. Verpasst ihr auch nichts bei Einzeltiteln. Deswegen, ja, die Fondsmanager, das hatten wir letzten Herbst, haben wir das gesagt. Da ist noch verdammt viel Cash an der Seitenlinie. Wenn das noch mit hineinfließt. CDAs waren sehr defensiv. Die Fondsmanager waren sehr defensiv mit hohem Cash. Da haben wir alles im Herbst gesagt. Das ist jetzt Tatsache alles in den Markt geflossen. Und hat den Markt immer weiter nach oben getrieben. Und ja, jetzt ist die Cash-Geporte schon ziemlich gering. Also mit auf den tiefsten Ständen angekommen. Wer investiert denn jetzt noch? Also die Fondsmanager sind schon gut dabei. Privaten zocken sich natürlich jetzt auch voll mit rein. CDA ist dann voll investiert. Also irgendwo muss denn noch was herkommen. Das ist der Optionshandel. Der ist doch sicherlich ein großer Antreiber. Gerade bei den heftigsten Bewegungen, die man gesehen hat letzte Woche. Da sind die Market Maker wahrscheinlich nur am Schwitzen. Hier in Deutschland ist man zum Überwiegen. Der Market Maker ist schon maschinell gelöst. In Amerika ist da wirklich noch eine Person dahinter, der wahrscheinlich drei Habskasper in der letzten Woche erlebt hat. Also das ist auch so ein antreibender Optionsmarkt, der hier auch mit gepusht hat. Die Absicherung nach oben dann. Auch zu sehen, die Allokation der Fondsmanager in den US-Markt auch wieder ziemlich einen Hochpunkt erreichen. Letztes Jahr sehr untergewichtet. Hatten wir alles besprochen letzten Herbst. Es ist alles komplett umgeschlagen. Das, was wir im letzten Herbst gesehen haben, Oh, Vorsicht, da könnte der Schwung, obwohl alles so bärisch war, kann der Schwung auf der Oberseite kommen. Haben wir alles gesehen. Fondsmanager voll rein. CDA ist wieder voll rein. Mächtigen Shortsquees, Bären raus. Allokationen im US-Markt wieder sehr hoch. Aber genau das hat sich eben alles jetzt wieder umgekehrt. Und mal gucken, wer jetzt noch groß kaufen mag. Also viele sind jetzt schon gut investiert. Definitiv gut investiert. Und der Privatanleger-Sentiment, ja, Bulle, Bär, ist natürlich definitiv voll auf Bullisch getrimmt, aber auch nicht auf Extremniveau getrimmt. Man hat ja auch potenziell weiter nach oben zu laufen. Wenn man auf Sentiment schaut, ist definitiv Bullisch gestimmt, aber auch nicht extrem Bullisch gestimmt. Ja, vergangene Woche, ich hatte es schon gesagt, einseitig komplett alles. Nvidia rettet die Welt und alles, was drumherum passiert, ist doch uns vollkommen egal. Wir hatten eine Notenbank-Sprecher, die sehr restriktiv war. Wir hatten den festen Arbeitsmarkt-Daten, die sagen, Tünzwende kommt nicht. Wir hatten die Frühindikator, hier der Leading Index aus den USA, 19 Monaten in Folge, in der Kontraktion, im Abwärtstrend. Das gab es noch nie ohne Rezession. Die Grafik geht bis in die 1960er-Jahre zurück. Alles nicht gezählt. Alles vollkommen egal, was ich noch sagen wollte, mit dem Fondsmanager-Umfrage gerade eben voll investiert. Die CEOs, das hatte ich gestern auch noch geteilt im Trading-Chat, also mehrere CEOs haben ja gut verkauft. Jeff Bezos hat, glaube ich, 10 Milliarden mittlerweile Klasse gemacht und Aktien verkauft. Also Amazon, Zuckerberg, massiv verkauft bei Meta. Gestern Jamie Dimon von JP Morgan, erst mal seit 20 Jahren verkaufte Aktien, am Allzeithoch verkauft. Und dann auch die Insider-Transaktionen auf höchstem Niveau seit vielen Monaten. Ist das ein gutes Zeichen? Oder brauchen die ein bisschen Cash? Brauchen die eine neue Yacht? Also die Firmenlenker, die verkaufen verdammt auffällig, verkaufen die viel von ihren Aktien. Die beiden kaufen jetzt die Firmenlenker verkaufen. Muss jetzt nicht viel heißen. Vielleicht brauchen sie wirklich eine neue Yacht. Oder was weiß ich. Aber warum gerade Jamie Dimon verkauft, der ja auch pessimistisch ist. Der äußert sich immer noch pessimistisch. Er sagt, die Aktien sind ganz schön optimistisch unterwegs für die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Und er verkauft. Erstmal seit über 20 Jahren. Okay, das wollte ich noch zumindest mit erwähnen. Ansonsten ignorieren wir alles, weil wir ja jetzt Nvidia haben. Und alles, was in der vergangenen Woche negativ war, haben wir komplett ignoriert. Auch die große Zinssenkung, die ja kommen sollte. Mit Beginn der Rallye, letzten Herbst. Die Zinssenkung ab März, große Zinsschritte, direkt 50 Basispunkte. Das wird gefeiert. Ja, wie sieht es jetzt aus? Vielleicht ab Juni, Juli und ein kleiner Zinsschritt. Drei Zinsschritte dieses Jahr sind nur noch eingepreist. Nun egal, jetzt haben wir ja Big Tech. Jetzt haben wir Big Tech, wir haben Nvidia. Vollkommen egal, ob die Zinsen oben sind oder unten, ob die Geldpolitik restriktiv ist. Vorher war es die große Party. Jetzt ist es vollkommen egal. Komplett ignoriert. Also drei Zinssenkungen noch erwartet. Der Nasdaq schießt nach oben. Wir haben Big Tech, wir haben Nvidia. Was soll denn da passieren? Wie gesagt, auch die Zinssenkungen haben sich vom März komplett verlagert. Jetzt 50-50 Chance für Juni, Juli. Erst im Sommer ein kleiner Zinsschritt soll kommen. Oh, komplett verschoben. Alles vollkommen egal, weil wir haben jetzt Big Tech, wir haben Nvidia. Kein Risiko in Sicht. Wird Nvidia und werden die Big Techs weiterliefern? Sie waren der Lieferant. Wir hatten das Video jetzt schon gesagt. Vor allem eben auch Nvidia ist großer Antreiber bei den Gewinnen und auch bei der Profitabilität, bei den Gewinnmarschen massiv. Hätten wir die Big Techs nicht hier als Form der Big 7, hätten wir eine negative Gewinn-Saison gesehen. Hätten wir eine Gewinnrezession gesehen. Die Breite kommt nicht mit. Die kommt nicht mit. Und auch hier, auch noch was ist das? Auch Bank of America gehen davon aus, dass die Breite auch Nullwachstum liefern wird im Q1. Also mit den nächsten Earnings in drei Monaten und auch nochmal die Big Techs letztendlich alles tragen werden. Aber sie gehen auch davon aus, und ähnlich wie das bei Nvidia, Earnings Calls mit den CFO, die auch gesagt haben, dass du halten könnt, Gewinnmarschen kann vermutlich auch nicht so halten. Aber Märkte, nein, 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 nein. Wir halten das alles nur noch massiv nach oben. Bank of America sieht das ähnlich, dass die Big Techs diese Dynamik, die sie jetzt haben, nicht halten können. Aber sie sagen zugleich, der Rest kommt endlich hinterher. Jetzt kommt der Rest hinterher. Auch kein gigantisches Wachstum aufs. Er kommt hinterher und wird dann sogar im Jahresverlauf die Big Techs übernehmen, überholen. Ja, und dann kommen wir zum Thema Zinswende. Restriktive Geldpolitik, vollkommen egal. Wir haben ja die Big Techs, die profitieren ja mit den Cashbestätten. Das ist wirklich in der Tat relativ egal. Wenn es nicht egal ist, sind eben die kleineren Unternehmen, die Small Caps, die Mid Caps. Und ja, sieht man hier an der Bilanz, die Berichtssaison war nicht gigantisch. War nicht gigantisch. Wir haben ja viele Abverkäufe gesehen. Gigantisch war es bei Tech, Big Tech, KI Tech vor allem. Das war gigantisch. Ansonsten haben nicht alle geliefert. Auch der Ausblick war nicht immer gut. Da kommt die Geldpolitik eben durchaus an und fällt diese Zinswende weg. Beziehungsweise wird es komplett nach hinten verlagert und wir sehen nur keine großen Zinsschritte, nur ganz kleine, homöopathisch. Dann wirkt sich das aus. Dann wirkt sich das auf die Unternehmensgewinne aus, vor allem Small Cap, Mid Cap Bereich und dann auch auf die Konjunktur. Und die Prognose von der Bank of America, okay, die Big werden nicht mehr alles halten können, diese Dynamik. Der Rest kommt nach. Dann ist das fraglich, ob das so nachkommt. So gut war der Ausblick bei diesen Unternehmen in Small Cap, Mid Cap Bereich eben nicht. Und das sagen wir vollkommen egal, dass die Zinswende jetzt aussieht. Wir kommen super klar mit hohen Zinsen. Das ist genau das gleiche Narrativ, was wir vor zwei Jahren hatten. Wie gesagt, die Notenbanken retten uns immer. Die Zinsen werden niemals angehoben. Es ist genau das Gleiche, diese Selbstgewissheit, was niemals passieren wird. Und danach ist alles anders geworden. Und das jetzt zu sagen, genau das Gleiche, hohe Zinsen sind vollkommen egal. Passt auch im historischen Kontext nicht, aber dass diese Selbstgewissheiten, Vorsicht am Markt. Selbstgewissheiten sind ganz, ganz gefährlich. Also verschobene Zinswende wird sich auswirken. Wird sich auswirken, auch hier mal das Geschäftsklima, könnte man es übersetzen, Geschäftsklima bei den kleinen Unternehmen, wie gesagt, eben Small Caps, Mid Caps, Small Caps, der Rassel 2000, der hat letzte Woche Minus geschlossen, deutliche Minus. Nur mal so, da sind viele Titel drinne, 2000, durchaus auch ein Fundament der US-Konjunktur, hat ein Minus geschlossen. Aber wir hatten ja Nvidia, wir hatten Nvidia, vollkommen egal, was andere Unternehmen machen. Das Fundament der Konjunktur, der Wirtschaft, was ist das, das ist vollkommen egal. Also das Geschäftsklima bei den kleinen Unternehmen ist nicht euphorisch. Das befindet sich auf Krisenniveau, auf Krisenniveau der letzten Jahre, auch mit den tiefsten Ständen. Also von den größten Krisen, die wir hatten, von der Finanzkrise kurz davor. Also da ist keine Euphorie zu sehen. Zweifel ohne keine Euphorie. Wir haben ja auch viele Baustellen. Wir haben die Notenbanker, die waren Regionalbankenbereich, ich möchte ja nicht sagen, aber die haben sich direkt, sehr direkt für Notenbanker geäußert, dass da was passieren dürfte. Gewerblich-Immobiliensektor, Bürobereich, da knirscht es. Bis nach Deutschland, Japan, Pfandbriefbank, heißt sie so? Ja, ich glaube, so heißt sie. Der Nachfolger von der Hyporil-Estate, alle, die auch ein bisschen länger dabei sind, Thema Finanzkrise, sie wollen da in guten Fußstapfen treten. Da knirscht es. Es knirscht da ganz gewaltig. Es knirscht da ganz gewaltig. Sie sagen, Zinswende vollkommen egal, alles egal, die schaffen das alles. Die haben ja Big Tech im Nvidia. Ja, da muss Nvidia dann die ganzen Regionalbanken aufkaufen. Mal gucken. Wir haben hier Risikofaktoren, zweifelsohne. Also hier bei den kleinen Unternehmen sieht man das auch, da ist keine große Freude vorhanden, wenn die Zinswende ausfällt. Die brauchen die Senkung unbedingt. Nicht nur die Regionalbanken, aber eben auch. Und das nicht nur in den USA, sondern auch bis nach Europa. Hier die Deutsche Bank auch nochmal mit einer interessanten Grafik. Die Zompifizierung der Unternehmen, vor allem im Small Cap, Mid Cap Bereich, ist das sehr prominent. Die sind angewiesen auf günstige Refinanzierungsbedingungen. Hohe Finanzierungskosten, alleine die Finanzierung ihrer Kredite, übersteigt mittlerweile die Profite. Deswegen, dann ist Richtung von einer Zompifizierung, das geht weiter stetig nach oben. Egal, die kommen ganz klar mit steigenden Zinsen, super hohen Zinsen, kommen die super klar. Kommen sie eben nicht. Kommen sie nicht. Sie brauchen niedrige Zinsen, ansonsten kippen diese Unternehmen um. Deswegen sind die auch nicht so optimistisch gestimmt. Also, nur weil ein paar wenige Big Techs hier alles überlagern, heißt es nicht, dass die ganze Konjunktur total robust dasteht und wir haben genug Warnmeldung. Warnmeldung ist nicht gleich, jetzt bricht die Megakrise aus, aber wir werden sicherlich was hören aus dem gewerblichen Immobilienbereich. Ich muss da nur einer mal umkippen, ob es nur aus dem Schattenbankensystem ist oder auch eine Regionalbank, weil eben die Zinswende verzögert wird und die Bilanzen nicht mehr stimmen. Die Stützung, das Hilfsprogramm, der FED, läuft jetzt Mitte März aus. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Also, es ist nicht so super, dass wir das komplett Resilient sind, was da ist. Lange Zinsen, alles super, Konjunktur, alles super. Ne, unter der Haube ist es eben nicht super. Unter der Haube ist es nicht super. Es wird von einigen Big Techs überlagert. Jetzt guckt man nach DAX, nach Deutschland, denn da ist alles super. Denn der DAX hat ein Allzeit hoch erreicht. 17.400. Glückwunsch. Das haben wir uns verdient, denn wir haben wirklich schwache Einkaufsmanager-Daten aus Deutschland gehabt mit die schwächsten wieder in Europa. Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch. Da sind wir aber auch sehr konstant. Vor allem das verarbeitende Gewerbe. 42. Da bewegen wir uns fast auf dem Niveau von den Corona-Lockdowns. Also komplett im Kurve. Man hofft immer auf den Rebound. Er kommt einfach nicht. Also die Einkaufsmanager-Indizes und dann einzelne Länder in Europa besser. Vor allem der Dienstleistungssektor. Bei uns alles in der Kontraktionszone. Vor allem die Industrie. Nicht gut. Dann der IFO-Index wurde gemeldet. Ihr seht selbst. Ja, das Positive ist, er hat sich stabilisiert. Er hat sich stabilisiert. Es kann vielleicht nicht schlimmer werden, aber wo stehen wir? Euphorisch, DAX Allzeit hoch. Geschäftsklima euphorisch. Was ist das Beste? Und die beste Zeiten, die wir jemals hatten. Wir stehen auf dem Niveau von den ganzen Krisen. Hier die Finanzkrise, hier das Corona. Erst hier ist der Ukraine-Krieg. Auf diesem Niveau dümpeln wir hin rum. Das historische Mittel ist weit entfernt. Wir sind nicht euphorisch. Die Chefetagen sind nicht euphorisch. Das stimmt nicht. Der Positiv Aspekt ist, vielleicht kann es ja nur besser werden. Das sage ich ja immer wieder. Die Börse schaut ja nach vorne. BIP-Daten haben wir ja auch gekriegt. Ausblick auch wieder schwach. Rezession mit dem neuen Einkaufsmanager-Indizes, die man gesehen hat, wird die Rezession sich im Q1 fortsetzen, sogar vertiefen. Das ist sehr wahrscheinlich, dass sie sich sogar vertiefen wird. Und der DAX, allzeit hoch, der feiert, ist das denn komplett geisteskrank oder was geht hier ab? Ist er ignorant? Hier zu sehen nochmal, dieser Grafik hat jetzt in zwölf Monaten, hat der DAX 23% zugelegt und das BIP-Wachstum. Ja, da sind wir hier unten, da sind wir, da sind wir. Ganz schwach. Und der DAX schießt nach oben. Ist das irrational? Ist das die DAX-Bubble? Auch hier, Obacht. Man muss immer ein bisschen dahinter schauen, hinter die Zahlen schauen. Der DAX ist auch nicht so günstig. Schauen wir uns, haben wir auch im Shortcheck angeschaut, den DAX-Kurs-Index. Der hat noch niemals einen Allzeithoch geholt. Steht das kurz vor dem Allzeithoch. Schaut euch gerne diese Videos an. Oder kommt in die Trader-Community, dort poste ich das sowieso immer in den Trading Chat von früh bis abends. Seid ihr informiert? Also das wirkt natürlich irrational. Ich kann alle verstehen, die sagen, wie kann denn das sein? Wir hatten nur negative Missdaten aus Deutschland. Die Konjunktur ist, dümpelt vor sich hin. Ja, wie kann der DAX das Allzeithochern? A, wackelt er natürlich den US-Indizes hinterher und B, muss man auf diese Grafik schauen, das sage ich auch immer wieder, die Umsätze, woher kommen die Umsätze auf für den DAX oder der DAX-Konzerne und da seht ihr das selbst, dass das ziemlich, wir sind eine Exportnation. Die Umsätze, die aus Deutschland kommen, 18 Prozent, 18 Prozent sind das nur. Wenn Deutschland dahin dümpelt, okay, dann brechen die 18 Prozent weg, okay, das sind wir nicht 100 Prozent. Also schwache BIP-Daten, schwache Einkaufsmanager aus dem, oder aus dem Geschäftsklima ist nicht komplett auf alle DAX-Konzerne zu übertragen. Wir holen unsere Umsätze aus der ganzen Welt, Eurozone, okay, auch Stagnation, vielleicht kommt ja die Rezession, bekommt auch ein bisschen Risse. China hat die ganze Zeit schon Risse und USA, vielleicht läuft es da auch nicht mehr ganz rund. Die nächsten BIP-Daten dürften auch eher auf der Unterseite sich befinden, dass man eher eine Eintrübung sieht. Also, ja, komplett nur deutsche Daten, falsch. Falsch, falsch, falsch. Da DAX ist nicht komplett Deutschland, da sind alle Unternehmen dabei, die weltweit agieren, aber es aber eben auch, eine Eurozone bringt nicht viel, China dümpelt hin und USA könnte Schwäche zeigen. Und USA ist mittlerweile der größte Handelspartner für unsere DAX-Konzerne. Aber das gehört mal dazu, Blick dahinter, hinter die Irrationalität, die man gerne hat. Da muss man eben gerne den Blick auch nah hinter den Vorhang werfen, damit es hier für den DAX getan oder eben bei NVIDIA, dass man sich auch mal die Kennzahlen anschaut, bei diesen scheinbar irrationalen Bewegungen. DAX-KGV ist ja auch nochmal kurz, Kursgewinnverhältnisse auch nochmal hier gezeigt. Der DAX hier mit einem Anstieg neues Allzeithoch geholt im DAX-Kursindex nicht. Das ist ja, Dividenden sind damit berücksichtigt. Das ist der Botox-DAX. Wird da gerne mal ja, hämisch genannt, damit er nicht ganz so mies aussieht. Der reine Kursindex, der ein fairer Vergleich ist mit den Weltindizes, sieht viel schlimmer aus. Haben wir noch keinen Allzeithoch. Dümpeln wir leicht über dem Niveau vom Jahr 2000. Das ist die Wahrheit. Und daher ist das Kursgewinnverhältnis auch im historischen Mittel. Wir sind nicht extrem teuer. Wappelniveau gar nicht. Überhaupt nicht. Der DAX ist günstig. Er ist unattraktiv. Günstig. Er wird auch nicht teurer. Das wird es sein. Deswegen werden wir auch wieder eine Konsolidierung sehen. Und wir bleiben günstig. Den letzten Anstieg, den wir beim DAX gesehen haben, der wurde nicht durch die Earnings getragen. Das KGV ist auch nach oben gegangen. Sie sind teurer geworden. Die Earnings waren nicht gut. Sie waren nicht so gut. Einzelne haben wir wieder ein paar Leuchtturme gehabt, aber der breiten Masse eben nicht gut. Auch der Ausblick nicht gut. Kursgewinnverhältnis ist teurer geworden. Die Earnings haben diesen Anstieg nicht getragen, aber bewegen uns im historischen Mittel. Das gehört zur Wahrheit dazu. Wir schauen jetzt noch auf die Termine. Das Video ist schon wieder zu lang, aber es war eben auch eine spannende Woche. Auf Termine schauen wir noch, denn es steht einiges an der nächsten Woche, was vielleicht einen Trigger bieten könnte für eine Konsolidierung. Viele fokussieren sich natürlich auf die Termine. Welcher ist der Termin, der die Konsolidierung triggert? Meistens kommt die von ganz woanders an, wenn die Märkte überrascht werden. Das mögen sie nicht. Dann geht es meistens los. Es ist ein ganz kleiner Faktor, wenn es dann plötzlich sein, der die Konsolidierung triggert. Wie gesagt, wir haben einige Punkte aus dem Finanzsektor, aus dem gewerblichen Immobilienbereich. Da guckt man natürlich drauf, gucken viele mittlerweile hin, weil da wird erwartet, dass von dort was kommt. Aber meistens kommt es dann von ganz woanders. Man wird überrascht. Man kann eben auch schwarze Schwäne oder graue Schwäne, das muss ja nicht gleich der Weltuntergang sein, sieht man eben nicht. Sonst wäre es ja kein schwarzer Schwan oder grauer Schwan, weil nur die Märkte eben überraschen und damit auf den falschen Fuß erwischen. Schauen wir uns die Termine an. Montag wieder relativ ruhig. Dienste haben wir GFK-Konsumklima. Vermutlich tut heute mit Rüppiger. Also sind wir auch schon so lange im Keller. Deutschland liefert wirklich gut ab in diesem Kontext. Also im negativen Sinne haben sie da eine Negativserie. Auch Tagseingang langlebige Wirtschaftsgüter könnte interessant sein für die USA. Und wir hier eine Eintrübung mittlerweile sehen. Herstellungsindizes werden gemeldet in den USA. Die ersten folgen dann natürlich dann noch weitere. Auch wichtiger Frühindikator, aber auch hier USA, BIPQ4. Mal gucken, ob es hier schon eine große Abweifung geben kann. Wir sind auch im Wahljahr grundsätzlich von Arbeitsmarktdaten. BIPDAT immer etwas besser aus in dieser Zeit. Aber auch mal gucken, ob der Trend von den hohen Daten doch nach unten weiß. Kann gut sein. Thema DAX-Konzerne dann die Umsätze. Wenn der USA jetzt auch noch schwächelt, wäre das nicht gut. Monatsabschluss hätten wir am Donnerstag. Dann ist der schwache Monat Februar endlich vorbei. Kommt dann noch ein bisschen Schwäche hinein. Die Grafik hatte ich jetzt nicht. Schwache Saisonalität ging ja jetzt eigentlich am Montag los. Aber es hielt sich eben auch für das Wahljahr bis im Mai hin. Es ist nicht gleich komplett alles vorbei. Wir haben noch nicht Mai. Warum das? Außerdem die PCE-Kernrate, die wir haben. Das sind die Inflationsdaten aus den USA, die wichtig sind. Hier kann die USA negativ überraschen. Wir haben Verbraucherpreise, habe ich nicht hingeschrieben, was das ist. Verbraucherpreise Deutschland ist dabei. Deutschland davon, habe ich vergessen. die sind nicht dabei. Da kann Deutschland positiv überraschen. Warum? Weil die Konjunktur auch im Koma liegt. Da fallen in der Regel eher die Verbraucherpreise. Also Deutschland könnte positiv überraschen. Ähnlich wie die Eurozone. In den USA kann es die negative Überraschungen geben, dass die PCE-Daten, die Kernrate, die Inflationsdaten, wo die FED, die Notenbank insbesondere drauf schaut, dass die nach oben steigt. Vielleicht Kernrate, Allgemeinerheit, das kann so ein Trigger sein. Wenn es eine deutliche Überraschung auf der Oberseite gibt, wäre das so ein Punkt der wichtigste der Wochentermin. Wäre das vielleicht Gefahr einer positiven Überraschung. Wir hatten die Erzeugerpreise ja gesehen, die Verbraucherpreise. Sie deuten vielleicht ein bisschen den Weg, dass die PCE-Daten auch auf der Oberseite vielleicht zu stark überraschen können. Deutschland Verbraucherpreise hingegen könnten positiv überraschen. Aber eben warum, wäre die Frage. Weil die Konjunktur nicht läuft. Wir haben Freitag dann, haben auch Einkaufsmanagerindizes aus China. Wir haben die endgültigen Daten aus Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und der Eurozone. Die meisten nicht mehr so spannend. Und wir haben die Verbraucherpreise, also auch Inflationsdaten aus der Eurozone. Auch hier habe ich wieder in der Eurozone davor nicht geschrieben. Da war ich wahrscheinlich schon zu lange am Rechner, als ich das dann ausgefüllt habe. Also Eurozone, Verbraucherpreise werden auch gemeldet. Auch hier die gute Chance, dass wir weiter Richtung 2% fallen. Auch hier da grundsätzlich die Konjunktur auch in der Eurozone trübt sich ein Richtung Stagnation und vielleicht sogar Rezession. Was wir noch haben, ist der ISM, der dann gemeldet wird, verarbeiten die Gewerbe USA einer der wichtigsten Frühindikatoren und auch mit der Preiskomponente mit dabei. Das wäre dann auch ein wichtiger Punkt. Fällt ja vielleicht, zeigt ja eine konjunktuelle Eindrücke und zugleich Preiskomponente hoch. Das wäre dann so ein negativer Szenario. Also vor allem die Preiskomponente könnte fast wichtiger werden. Also nächste Woche, was steht da im Fokus? Entstehen neue Inflationsdaten im Fokus und die können sehr unterschiedlich ausfallen. Unterschiedlich, diesen Sinne, Deutschland, Europa, positive Überraschung. dass die EZB früher mit den Zinsdenkungen anfangen kann, weil Konjunktur trübt sich ein, Zielzone der Inflation kommt nah. Eigentlich kann die EZB wirklich ein bisschen vom Gasbedarf runtergehen. Und komplett unterschiedliche Bild aber zu den USA. Dort sieht es danach aus, dass die Konjunktur stabil bleibt, noch stabil bleibt und die Inflation ihren Rebound erlebt. Also das ist ein interessantes Bild. Die Inflationsdaten aus den USA werden wichtiger. Gerne ist eure Meinung noch gefragt, eine Kommentarspalte, war das Video zu lang, waren zu viele Informationen, waren vielleicht viele Informationen, aber es ist ja auch viel passiert. Alles um Nvidia, um die Big Techs und natürlich die scheinbar irrationalen Bewegungen beim DAX. Habe ich versucht, ein bisschen für beide Seiten auszuklamüsern. Ich hoffe, es kam gut an. Ansonsten eure Meinung gerne in den Kommentarbereich. Auch eure Meinung zum Marktgeschehen würde mich interessieren. Das soll es gewesen sein. Schaut euch gerne die Shortchecks noch an, hatte ich ja schon gesagt, für die US-Indizes und den DAX alles auf meinem Kanal zu finden. Dann seid ihr gut vorbereitet für die neue Handelswoche. Genießt doch euer Wochenende. Wir sehen uns am Montag hier auf diesem Kanal oder noch besser in der Trader-Community auf tradingportal.net. Macht's gut, bis bald und ciao.